In unserem schönen Swale direkt am Kilimandscharow haben wir gerade 50 Meter lang gezickelt in einem Tag. War eine super Erfahrung bislang. Messen haben wir mit dem A-Frame und haben geschaut, dass es schön an Level ist. Und ja, wir haben 0,2% Gefälle, also fast unterdrückbares Gefälle. Und man sieht schon, es ist voll warm das Wale und jetzt kann da alles das Wasser schön vorwärts versickern.